. 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 Aber was ist denn passiert? Vielleicht ist es besser bis sich alles etwas geregelt hat wenn sie und der Krüger die Plätze tauschen. Wie geht's it now? Die Kriminalpolizei hat mich angerufen. Wollen auch mal mit mir reden. Glaubst du, ich hab irgendwas zu verbergen? Nein, was ist denn das dann mit zu tun? Meinst du, du musst mich decken oder was? Ich frag dich einfach. Ich hab an dem Abend ein Video gemacht. Wollt ihr es sehen? Ich hab nur daraufhin mit mir gesprochen. Glaubst du, ich hab nur daraufhin auf die Frage, wie ich habe mich über die Frage, Untertitelung des ZDF, 2020